moin moin und willkommen bei travel in terrorist town immer noch mit der alten chaotentruppe bunte abt killer ganele maschung hd gangster und der nawoka ich bin richtig hast recht mit der natürlich mit diner war schon am schießen 50 ohne test da spielen wir doch bei sechs leuten test da der logic das kannst du nicht machen das könnte vielleicht machen wir mal 20 oder so werden kann man doch manipulieren auf dieser ich glaube nicht da kannst du doch nur das ist gut angezeigt wird wo liegt einer tod rum hier ist noch jemand tot auch mit der sniper denke dass das wärst du hast die gleiche abgebildet das ist eine silence awp warte mal na woca oder wer lebt noch dann ist es bunte warum selbst bunte safe warum 100% safe ich mache schon waren hier haben die leichen untersucht da warst du weg er konnte er schießt auf mich habe ihn und nawoka ne maschum ist das maschum du hast gerade maschum das ist so ein witz weißt du ich hau das ganze in mir rein und er macht ein schuss du hast daneben geschossen ich habe ihn dreimal voll voll ihr habt mich da auch erwischt ja du hättest sterben müssen 30 hp jungs ich habe dings gehabt schussliche wester an aller scheiß als ich da rumgeschossen habe habe ich dich voll anwisit und abgedrückt du bist nicht gestorben einem gott like aber dass niemand gemerkt hat wie fabian gestorben es standen alle rum ich war da ich war alleine gestorben ich war da nicht mal da keiner keiner reagiert ich war mir so unsicher als ich als ich mal schon mal geschossen habe weißt aber er hat daneben geschossen das war mir schon irgendwie klar ja wo kann da wolltest du grad zum twitter raum laufen und du was machst du hier ich habe gesehen wie dort reingelaufen bist und dachte ich laufe hinterher wo gibt es hier ein trader um bei der welt ich bin unten im labyrinth ich laufe in der namen her na wo kann weiß ziemlich genau wo sie hin will jetzt ist alles dunkel was macht ihr verspiegeln im keller macht ja ja mal den torwächter hier kommt keiner mehr raus da schießt immer um stich ist immer ich bin mit den zweiten hier unten er war es nein wir hatten jetzt bunte war es bunte ist jetzt hier bunte hat karten aburka wurde dass du gerade aburka weggemacht ich weiß nicht wo ich bin ich habe nicht mehr raus also ich habe ja auch der hat er kommt hat es ist irgendwas komisches ja das ist hat ein lasergang ach so ich habe mich nicht nach haus hat er hat hat karte twitter raum aufgemacht und hat navokka erschossen was schwarz ist bei mir schwarz also bunte hat navokka weggemacht so sehe ich das auch hier und ich kann führen wie zweimal schnell ja bunte wurde navokka wurde weggemacht mit krankenwagen rum was geht ab der hd ist ist allerdings da ist es war es bunte und ich habe ihn weggemacht er war traiter aber doch nicht irgendeiner doch nicht gestoßen nene doch alles gestartet dieser komischen mädchen einfach jetzt alle klar ich muss mal wissen weil ich lache tut das so weh da war zweimal nacheinander traiter kann das sein ja ja und jetzt bist du schon wieder ich war mit dir an und in der runde davor ach so ja ich war jetzt mit der warte der bunte was wer ist denn da oben na wo klar wo gibt es den oben na auf dem terminal dort haben wir welches welcher kann man da hochgefahren ja irgendein krankwagen schon rumgefahren ja hier ist er hier oder was ja keine ahnung so ein schmaler so ein schmalhandskrankenwagen ja das muss dann dieser hier gewesen denn den habe ich aktiviert den kannst du genau kannst du was bringt das ja keine ahnung wenn jemand da vorne rumläuft glaube ich wird er überfahren ja irgendwie sowas schaden macht er halt super geil aktivieren mal bitte warte mal in der nächsten in der nächsten runde kann ich es gern machen du kannst doch machen oder ich habe dich alles gleich weg oder ja da ging es ja wieder showdown ich bleib beim marschum ja der hat eh kein leben na komm weg mit dir ja marschum marschum aha da ist die in seri aber ganz weit weg ich glaube man schon wollte mich töten für mich hauptverdächtiger marschum kill und zeit oder nicht ne jetzt habe ich nicht den nachstoffen handy bekommen sorry jetzt habe ich meine waffe weggeworfen clash of clans elixier sammler aufs level 6 verbessert juhu ja von arnold im jahr gute nacht gut da ist gerade eine umgefallen wer ist umgefallen mit der awp hat man schon mal erwischt ja okay auch mit der awp oder mit was jetzt nicht geguckt weil sonst bin ich die nächste her ja 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 wo ist der wucher eigentlich ich bin hier oben auf einem torm ach so ganz praktisch zum sniper also ja genau was heißt ja ja genau bunte hat die awp alter obwohl jetzt ist ja eh klar oder na wo kann er wo kann er wo kann er wo kann ich habe bunte abgeknallt ja das gefällt mir nicht ist mein partner und schön wo kam das denn jetzt nein wow lol wow alter nice wir haben so was toll nice sie dreht sich rum und macht den chat weg no scope 316 no scope war das echt alter geil alter ganz ehrlich ok damit hat fanina nicht gerechnet ja ich habe den zweiten sniper weg gemacht ja mich traitor bitch bitch ich habe gedacht ne du stehst auf dem blauen turm stehst du drauf und nicht auf den anderen dann dachte ich ja gut stehe ich gucke ich dass du mich von da nicht siehst und da hast du mich natürlich vom anderen gesehen so das ja ich habe drei türme die ich immer wechsel ja ok ja ja ach ja arnold arnold rennt steil gerade aus als wäre er im twitter menü mhm ich habe gerade auf mein handy gekriegt kann man auch kann man auch kreis 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 er schreibt mir hi und alles klar ok ich würde gerne zurückschreiben name adresse bitte das ist eine lüge arnold hat keine kollegen er ist twitter vorname nach name adresse bitte noch ja wucker ja du hast da so eine magische pistole sehe ich gerade ja wieso ist die magisch ich weiß nicht ja ich weiß nicht ich weiß nicht ja ich weiß nicht ja ich weiß nicht ich habe nur aufgepasst dass er nicht da in den traiter raum geht ich will ich will ich will waffe die was naja wucker hat gerade ihre waffe weg geschmissen ja ja es war eine piste die ich dann geworfen habe ja ja ist die so a silenced a w p ist eine legale ist eine legale achso hat jeder hat jeder na 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 hier sind mir zu viele menschen ja ne dachte ich auch gerade gut wenn ihr es allergiert bleibe ich da fm ja was seid ihr alle die abkürzung fm bei dem radiosender flash music echt scheiß ingaid rennt da so eine einigung ne aber wo seid ihr ich habe euch im untergrund gesagt ich bin bei ingaid keiner im untergrund ich glaube er wird mich töten er wollte dir in dein untergrund folgen was jungs ich muss mich echt gleich mal kurz afk hinstellen mir platz gleich die blase ich sag's euch okay okay geh halt drauf ja voll voll verdächtig afk hinstellen genau ja gut du kannst ja meine blase das hat ich habe alles hat ich habe mal schon er hat ja den toten gedacht du hast beide weg gemacht ja aber er hat direkt vor mir mit der oder silenced was auch immer geschossen ja ja gut ingaid ist safe okay dann Fabian hatte silenced afp ich habe es gesehen wo ist er denn nein gar nicht ich habe es genau gesehen ist er beim tester oder wo welche richtung nein habe ich gar nicht immerhin habe ich noch den button mitgenommen wirst du gerade ausgelaufen hätte ich es nicht gesehen aber du bist halt zur seite und die afp ist verräterisch von der größe her ah scheiße und dann im nächsten moment wo du dich wieder drehst hast du auf einmal nur durch dich rotflöten ja Moment gibt ja gar nichts das ist schweizer taschen abp ah ist klar das hd bewegt sich nicht hd bewegt sich nicht schillerzeit scheinlich ist die blase doch geplatzt inga das war zu spät äh stoppt an und dann geht es so rum können wir den gangster trotzdem weg machen ja aber ich nicht sonst kriege ich Minuspunkte ja mir ist es egal wer weiß das schon er kriegt da deine er ist gestorben ich habe ihn gekillt ja von fabian ja einfach sogar traitor ha 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 punkte punkte hat er bekommen oh navokar ja navokar hat gerade noch nicht gezielt jetzt hast du schnell die waffe gewechselt alter ich glaube navokar ist es wieder da oh du bist tot du bist ja ich habe mir die krücken geschnappt bin los gerannt einfach um für die nicht so rüber gewechselt ja ihr müsst gar nicht wie das war ich hätte keinen navokar bei count ja navokar ist es glaube ich aber sonst hätte es jetzt nicht schnell zu pisten rüber gewechselt ja oh da sie hat plötzlich eine crowbar an der hand das geht gar nicht das haben wir traiter dann macht mich weg wenn wir jetzt sicher sein da nein ok alter dann ist es einer im traiter raum innocent adding der ingjalt kann doch ingjalt sein gut wer ist alles hier ja wir sind alle hier navokar und fabian fabian und navokar sind da ich bin auch hier ich bin bei navokar war es ingjalt dann ist es ingjalt ingjalt also vorsicht gell vor dem krankenwagen vor den gegenständen achso jetzt kann ich alles kontrollieren oder wie genau der hat so eine übersicht map da sieht er wo wir uns bewegen äh die rakete ist irgendwo auf dem weg ah die ist schon eingestürzt ist schon eingestürzt ja achso runter wir kommen da aber auch sowieso nicht rein und er kann unten auch fallen aktivieren er kann auch von woanders rauskommen gell vorsicht ja aus dem haus hier kann er rauskommen da geht ihr zwei zum haus der bunte und ich gehende runter alles klar da ist er oh na wirklich hab dich angeschossen sorry welches aus ist denn äh das mit dem blauen turm ok gleich seht ihr euch beide ja trotzdem gesagt er kann das wieder von anderer seite kommen gell ja eben kommt simon wir bleiben hier beim haupturm ihr macht das schon davon ich hab da raus mit melden oder so und haut uns einfach weg das ist natürlich fies jetzt ein bisschen hier zu campen aber ja das ist halt da ist er wieder ja ich glaub hier liegt ein ding ist ein fake buddy ja nice ingerals explodiert ich war sogar ne ruder wo ich auf cover traitor das hier fies Fabian hat ich weg gemacht quasi du arsch ich war eine sekunde später da ja ja sorry random kill fabian random kill fabian chaos chaos fabian er hat eine begründung du standest halt rum ja fabian ich hab auch ne begründung du guckst dich so komisch an weg mit dir ich hab meine waffe weggeworfen aus was ich ja das ist die begründung passt weg mit ihm ne ne mach ich nicht bin ja netter spieler mhm genau ich glaub euch kein wort ok dann ist es mal schon dann ist es mal schon mhm mhm fabian 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 guten tag was fliegt da denn ne c4 da ist ingerals ah ne der rennt weg ich dachte grad ingerals fabian fabian rennt du mir her was ist los warte bist du verwirrt nein 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 ich sehe das wenn einer von euch beiden mist macht gut dann auf navoca los ne warte mal wo ist navoca los alles klar erstmal die weg oh nein da ist noch einer ich habe nichts zu sehen warte mal fabian der hat doch ne sniper oder wo ist fabian farninan 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 kuscheln farninan farninan ich will nicht wenn ich in die Ecke gedrängt wäre alter schieß nicht in die luft schieß nicht in die luft farninan farninan mein freund oh shit du willst das spiel also so spielen weg ah wa hd lebst du noch ja er lebt noch er steht neben mir ah wieso sagt er nichts er steht neben mir hd du arsch hat immer den Anteil als ob ich ihn umgebracht hätte ne der ist friedlich mhm friedlich wir spielen nur jaja geh weg was spielt ihr denn schieß in die luft schieß in die luft und fangst wieder auf ach so alter oh was war das mit granaten feuer alter flasch dich selber in die luft gespreng verstanden ja ich weiß und mich auch mit ja ich weiß ey der hat ne awp hier irgendwie hat ne awp ne ich hab ne aug ne awp ne awp auch ne awp auch oh da kamen schüsse schüsse von awp aber ich hab hier ne leiche gefunden von mushroom mushroom? mushroom ist kill on site mushroom oder navuca irgendeiner von den beiden ich hab hier ne leiche gefunden ja ja ne ok das ist anscheinend nicht mushroom ja dann bistest du aus der richtung hier kam ein awp schuss ja aber ich war es nicht ne ne du bist die einzige die hier gewesen ist wir anderen sollten alle dahinten ihr seid des todes hm willst du noch was sagen bevor du stirbst ich bin es nicht also du kannst mich gerne weg machen aber ich bin es echt nicht man ey jetzt kommt es nur ein geständnis aber es kam echt ein awp schuss aus der richtung es kann doch irgendjahr gewesen sein ich war bei euch beiden vielleicht war es auch ich sie ist ein witcher ich hab so viel egal vielleicht bin ich ja gar kein innocent sondern mann hat nicht was tja könnte ja sein könnte ja sein könnte ja sein ja ich bin ja gar nicht er ist in einem marsch um das wäre ne das sind ne Na, Woke hat doch schön Bart im Gesicht Ja, hallo Es ist schon abends, spät Am Abend wird nicht resiliiert, nur morgens So ein kleiner Damenbart schadet nicht, ne? Oder zwei oder drei Bunte Bunte Ade Ade Oh, da schießt die Wir fahren in den Arm, bis wir das Spiel spielen Das aussieht Kein Dauerfeuer Das dürfen nur wir beide Ich hab Angst, gleich einen abzukriegen Dann wär's aber verdient Ich glaub, es sind Bunte und Ingard, weil die sagen gar nichts, wenn sie so aneinanderstehen, weißt du? Der Ingard ist sowieso Der Ingard ist sowieso, ne? Wir können ihn einfach umbringen, einfach, vielleicht Aber die Navoca war auch verdächtig Er hat viel zu lange gebraucht, um den Maßstum zu identifizieren Die Navoca, ich weiß ja nicht Egal, 30 Sekunden Okay 30 Sekunden, jeder schützt mal weg hier, komm Na dann, hau ich ab Ja Eine andere zu mir kommt, der da sterben Zack's gleich Dann ist ein Chaos für mich Wer kommt da? Da kommt niemand Navoca mit einer Silent Sniper Unde? Fabian? Navoca HD, HD weg da Na ja, ich werd grad von Navoca verfolgt Hä, HD Pfingster, HD weg da Bunte, ab, der schießt, Bunte ab, der schießt Ziemann, äh, Marschum, äh, Fabi Wo denn? Fabi? Die Schweine haben Fabian getötet Okay, Bunte ist es Bunte, der hat versucht, den zu verstecken Ja, Navo hat mich grad auch angeschossen Ja Ab dem Punkt Ja Okay Warte, lass mir erst mal kurz nachladen Jetzt Fack Ach, Navoca, Mensch, jetzt hab ich Bis auf ihn alle gekillt Wunderbar, das war's für die Runde Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Macht's gut, ciao Tschüss Tschüss Tschüss